Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Es ist immer noch Winter und im Winter habe ich keine große Lust auf Spazierengehen. Nicht nur weil es kalt ist und man kaum Ausdauer hat, sondern weil alles verdammt noch mal gleich aussieht. Dann können wir auch hier bleiben und ein bisschen noch an der Bude basteln, die ein Dach drüber ist. Gucken wir mal, es bringt noch nicht so viel... Was war das? Du... Ja... Bin es dein Kleid nicht irgendwie ein bisschen zu sommerlich? Hütte in mir, hm? Okay... Na gut, wo ist denn überhaupt Kellen schon wieder hin? Dann liegen hier noch irgendwie Stämme rum. Wahrscheinlich. Mann! Aber ich habe noch welche da vorne drin. Ah, die will ich jetzt nicht benutzen. Gucken wir mal ein paar Frischelstämme hier. Ja, die gut mit der Axt. Gucken wir mal, es macht Hunger und Durst. Jetzt... Jo, auch alles im grünen Bereich. Naja... Ähm... Gibt auch noch irgendwo was? Hier zeichnen wir da nix an. Hallo! Begin. Okay... Warum auch immer. So ging das. Lalalalalala... Gell, denn... Wo steckst du? Wo sind denn noch die anderen Stämme, die ich gerade gefällt habe? Jetzt... Ich sag ja, es sieht alles gleich aus. Na gut. Dann wollen wir mal weitermachen. Ah ja... Ich hab dir das gehalten. Du bist nass. Boah, sind hier für die Stämme. Darf ich doch gleich nicht vergessen, wo die sind. Aber... So will ich mich kennen, werde ich es wahrscheinlich vergessen. So... Wo fehlt hier noch was? Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Was sind das für Geräusche? Ach, Kevin! Komm erst mal hierher. Huiiii! Schöner Sprung! Kevin! Hier rüber! Dankeschön! Mann! Komm jetzt her hier! So, komm mal beide hier ran. Du sollst... Komm, folge mir mal! Ja, so, komm! Komm hierher! Ah, guck mal, so ist es fein! Ja, gut! Ja, gut! Also... Hul! Stämme! Und... Behälter füllen! Ja, kriegst du das hin? Danke dir! So, und ich hole erstmal die andere Stämme. Aber da will er bestimmt auch zugreifen. Ne, doch nicht! Wie geht woanders hin? Das fällt er selber. Was will ich hier gut finden? In Virginia, auf mir nachzulaufen. Das macht mir Angst. Das ist eine verdammte Stalkerin, weißt du das? Oh, jo, da fallen Bäume. Calvin ist aktiv und ich komme hier nicht rein. Ja... Wo haben wir das rum, so rum. Genau. kann ich nicht wasser richtig scheiße kalt ich habe keine feuer mehr ich mir mal ein feuerchen draußen gut dann erst mal ein stock jetzt kann ich das machen so gut sind wir es mal an dann haben wir ein paar blätter so habe ich irgendwas was ich hier vergammeltes fleisch das ist nicht so prickelnd müssen dass da ein lassen muss nicht auf essen klicken so eine wir haben es ja schlafen auch weg gucken wie lange das Feuer anbleibt bei dem Schietwetter ja danke, weiß ich doch immer gute Arbeit so ach ja, jetzt kann ich ja schon mal draus gehen danke Calvin wie äh da fehlen was hm 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 ach das brauche ich auch noch so komme ich jetzt an den einen dran ja du fehlst hier so jetzt sieht man ganz gut wo kein Schneemüll reinkommt ja ja danke wo ist denn hier mein drying rack ach da mein trocken gestell ah sieht auch noch nicht so frisch aus sonst ist das eigentlich noch Gammelfleisch aufs ich probiere das jetzt nochmal einfach aus danke Calvin hm 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 Virginia hm 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 So, ich probier jetzt das nochmal aus. Ich muss das Fleisch rauffacken. Ich hoffe, das wird wieder gut. War zumindest mal eine Zeit lang so, aber ich wette, diesen Rack haben sie. XO heißt, wenn ich das... Nein! Oh, fuck. Shit. Wollt an das Feuer ran. Zeig mal, wie ich das tue was. Das geht gar nicht scheiß. Ach, guck mal da. Ach, jetzt können wir es doch wieder essen. Yo. So ein Mist, das können wir vielleicht schon gar nicht wegschmeißen müssen. Na gut. Na gut. So, ja, Durst. Ich habe dir gleich was zu trinken. So, das Dach fertig. Naja, das ist gleich. Ein bisschen dauert das noch. Zack. Oh, das sind schon Geräusche. Das ist sehr interessant. Sehr interessant. Jetzt habe ich das schon wieder hier. Wie fliegen die Dinger denn immer hin? Wie kann ich die hier irgendwo aufheben? Das 1. Da müsste aber noch irgendwo eins sein. Ja klar, das liegt oben drauf. Na klar. So, nehmen wir noch einen Stamm. Und dann müsste es doch gut sein. Genial. So. Zack. The best. Es gibt hier noch eine Tür. Schön. So, ich denke jetzt mal was. So, guck dir das an. Das ist dichter ins Feuer. Was? Du. Wer sonst? So, weg mit der Koller. Oh, wie spät ist das? Joa. Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mal eine Tür, würde ich sagen. Ich glaube, dafür reichen zwei Stämme. Glaube ich. Ach nee, ich muss das hier erst mal hier voll machen. Ohohohoho. Dann noch brauche ich die Axt. Zack. Zack. Netter Job. Hier habe ich jetzt nur noch ein. Joa. Hüpp. Dann nehmen wir wieder die Axt bitte. Die Feuerwehr-Axt. Und rein. So. Ich damit. Ach, Kevin ist fleißig. Das gefällt mir. So. Jetzt brauche ich aber noch mal zwei. Zack. Wieder verkehrt rumgebaut. Naja, wurscht. So, jetzt. Äh. So. Was will ich jetzt nachher im Bett bauen? Ich baue jetzt ein Bett. Bett ausstöcken. Ich find jetzt mal Stücke hier im Schnee. Auch wieder so ein Ding. Zehn Stücke reichen. Achso, ja steht da noch. Und dann mein Klebebensch. Nice. Ich baue jetzt erstmal. Ja. Dass man hier nur reinkommt, wenn man springt. Und dann gleich eine Rambe bauen kann. Ich find's nicht. Okay, klappt. So. Okay. Ja, wie genial. Hier. Wieder aufgeregt. Krieg ich nicht zwei mit? Wahrscheinlich. Guck mal. So. Ach. Allerbest. Oh, ist das schein. Wie. Das ist doch möglich. Hier drin treu ich mich nicht, ein Feuer zu machen, weil es hier keinen Kamin gibt. Im ersten Teil hast du da. Oh, ein Hasi. Für dich oder für mich? Danke. Wo ist er denn jetzt hin? Ach da. Oh, die denkt an mich. Das finde ich nett. Da können wir uns ja gleich nochmal auf den Grill hauen, wollte ich gerade sagen. Hier kommt. Zack. Das können wir ja nochmal eben uns einverleiten. Da müssen wir nur warten, bis das Fleisch sich verfärbt hat. Dann geht er los. Au. Das Knacken im Hintergrund, das war mein Ellbogen. Ein Grund zur Sorge. So. So. Ich bin so ein bisschen im Feuer. Ich auch. Oh, nicht da kratschen. Genau. Vorsichtig. Gute Idee. Chill mit einer Runde. Gut. Ja. Und während ich hier so chill, verabschiede ich mich für diese Folge. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen. Alles Gute sagen. Ciao.